Hallo Ralf! Gibt's vor! Schatz! Ich brauch drei, die Arme. Mach's mir leid! Mach's mir leid! Mann, das ist zwei. Hallo! Danke, das ist eine rechte Frage. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Da laufen sie. Gut, noch mal ein bisschen mehr Schmerz. Achtung! Jeder hat noch mit der Arzt. Warte, Angst, die hat das Gapel jetzt los. Kommt vorbei und zirkt noch mal an die Ferne.